Ja, darüber habe ich noch nie gedacht. Ich bin sehr zufrieden mit Al-Abi. Ich könnte sagen, in Israel, das ist eigentlich, wo ich denke, erst das erste Antwort. Aber eigentlich würde ich leben, wo ich glücklich bin, wo ich das Glück finde. Ich glaube, ich möchte leben, vielleicht in so 100 Jahren von jetzt. Und das weiß ich noch nicht darüber. Das Historie habe ich schon gelernt. Nein, in Lügen wirklich nein. Ich glaube nicht in die Lüge. Ha, das kann ich Ihnen fragen.